Hallo, hier ist Disney-Opa aus dem Disneyland Paris. Ich wollte euch heute zur abendlichen Stunde nochmal ein paar schöne Schaufenster zeigen, und zwar hier vom Emporium-Shop, die sehr schön beleuchtet sind jetzt. Ich nenne sie einfach mal ein. Das ist hier das Fursenthema. Vom 25. Geburtstag, sehr schön dekoriert hier. Sehr schön beleuchtet. Okay, das ist ein bisschen schmutzig, aber egal. Schaut mal hier. Und schön dekoriert. Und dann nochmal direkt die Preise mit ein, der Artikel. So, schaut mal hier. Könnt ihr einfach nochmal nachlesen, was hier was kostet, was hier im Fenster hängt. Das war echt schön, oder? Das ist ja das erste Fenster, was ich euch zeigen wollte. Dann gibt es noch zweite Fenster. Das war hier. Eine königliche Fenster natürlich. Super schön dekoriert. Das schöne Kleider können wir natürlich auch kaufen. Okay, hier ist es kein Preis angewendet mit dem Fenster. Aber wir gehen jetzt mal direkt weiter. Einfach zum nächsten. Aber die Kleider kosten alle so 70 Euro circa. So, und dann gehen wir hier noch einmal hin. So. So. Und dann gehen wir hier noch einmal hin. So. Hier. 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 Das Kostüm zum Beispiel auch 70 Euro hier knapp. Das ist ja das dritte Fenster. Und wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Hier sind ein paar Promotion Fenster. Hier. Hier ist ein großes Fenster, wenn man so will. Das ist geteilt in drei kleine. Ein Tomo Fenster zum 25. Geburtstag. Hier ist ein Tickerbill auf den Sternen. Das solltet ihr euch natürlich nicht vorenthalten. Gut. Alles klar. Dann. Das ist dein Opa hier. Von dem 25. Geburtstag aus dem Disneyland Paris. Danke für euer Interesse und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.